Ich möchte gerne über Hedwig Lachmann sprechen und vor genau 100 Jahren, 1919, hat Gustav Landauer ihre Werke rausgegeben, ihre Gedichte, Übersetzungen und also genau 100 Jahre, ein Jubiläum und zu dem Zeitpunkt war Hedwig Lachmann aber leider schon verstorben, weil sie im Februar 1918 vermutlich an der spanischen Krippe dann gestorben ist und da hat ja Gustav Landauer auch einen internen privaten Rundbrief herumgeschickt, wie Hedwig Lachmann starb, war also natürlich auch sehr betroffen und erschüttert von dem Tod seiner Lebensgefährtin und sie hat ja auch zwei Töchter in der Last, die noch sehr jung waren und auch die Stieftochter Lotte aus der ersten Ehe von Landauer gehörte zum Familienhaushalt und insofern war das für die gesamte Familie auch ein großer Schock gewesen. Ja, wer war Hedwig Lachmann? Hedwig Lachmann sollte auf keinen Fall, wie das leider die ältere Forschung manchmal gemacht hat, jetzt von ihrem Ehemann abgeleitet werden, sondern sie war, wie eigentlich alle Lebensgefährtin von Anarchisten und auch anderen Persönlichkeiten, war sie eben eine eigenständige Persönlichkeit, sie war auch fünf Jahre älter als Gustav Landauer und sie wurde 1865 in Stolp in Pommern geboren und ihr Vater war Hassan Kantor, das war im Prinzip ein Rabbiner, den konnten sich aber die kleineren jüdischen Gemeinden nicht leisten finanziell auch, insofern hat er Rabbineraufgaben als Hassan als Kantor eben erfüllt. Er kam später nach Hürben-Krumbach in Süddeutschland und war dort lange Zeit und was ganz interessant war, er hat auch die Synagogengesänge des süddeutschen Raums gesammelt und war also insofern auch ein Musikgelehrter und Hedwig Lachmann war also eine richtige Vater-Tochter, sie war die älteste von insgesamt acht Kindern, zwei sind früh verstorben und sie hatten eine sehr enge Bindung, Vater und Tochter und sofern haben die Eltern auch großen Wert darauf gelegt, auch ihre Mutter Mina, dass sie schon in jungen Jahren das Lehrerexamen in Augsburg abgelegt hat und dann auch als Gouvernante, als Brotberuf, als Erzieherin dann in England und in Ungarn unterwegs war und dort auch die die dortigen Poeten des Landes auch studieren konnte und da hat sie sich so einer geradezu meisterhaften Übersetzerin von ganz wichtigen Lyrik dieses Landes, auch von dem ungarischen Freiheitsdichter Pythöfi entwickelt und wurde auch dann Berlin auch sehr anerkannt in dieser Funktion, diesem Amt, das eben bekannt zu machen, eben auch die internationale Literatur, sage ich jetzt mal, waren das etwas behäbige Gefüge da nach Deutschland dann auch einzuführen. Ja, sie landet dann letztendlich in Berlin, weil sie dort einen Onkel pflegen musste, die erkrankt waren, die schon alt waren und da ist sie auch in die Berliner avantgardistischen und intellektuellen Kreise dann hineingeführt worden oder hat sie kennengelernt und war er so sehr früh sehr selbstständig, hat sich dort auch behauptet. Dort hat sie sich in Richard Deme verliebt. Richard Deme ist vielleicht heute nicht mehr so bekannt, aber das war damals, so ähnlich wie Gerhard Hauptmann, dieser Richter war ein ganz bekannter Dichterfürst gewesen und hat auch jüngere Talente unterstützt, also insofern auch Hedwig Lachmann und was als Hedwig Lachmann so interessant war, sie war sehr selbstbewusst, obwohl ja praktisch der Dorobener war, ja auch zu den wichtigen Verlagen und sie hat sich mit ihnen gleich gerieben, weil er auch dann behauptet hat, wie damals so die Vorurteile der Zeit waren, ja die Frau kann zwar Kultur übersetzen, aber sie kann keine Kultur schaffen und da hat Hedwig Lachmann sich also ziemlich mit ihm gefetzt und wo man sagen muss, Richard Deme war ganz bewusst mit drei jüdischen Frauen auch zusammen oder hintereinander natürlich, teilweise aber auch, naja, in einer Trias und da war Hedwig Lachmann auch ein bisschen unglücklich darüber und insofern war es eigentlich eine ganz gute Begegnung da mit Gustav Landauer, dass sie aus dieser unerquicklichen Situation dann auch herausgekommen ist, weil Richard Deme war ja mit ihrer Freundin Paula Oppenheimer Deme verheiratet und das hat hier ziemlich viele Probleme gemacht und dann haben sich aber Gustav Landauer und Hedwig Lachmann bei einer Vorlesung von Richard Deme in einem Literaturbuchhandlung getroffen zum ersten Mal begegnet und Gustav Landauer war gleich Feuer und Flamme, war aber auch noch verheiratet eben mit seiner ersten Frau Margarete Leuschner, die Ehe war aber unglücklich und dann hat Hedwig Lachmann ein bisschen Zeit gebraucht, aber dann haben sie sich auch zusammengefunden, waren einige Zeit im England, dort wurde Hedwig Lachmann schwanger, dann kehrten sie zurück und Gustav Landauer konnte sich dann endlich scheiden lassen und dann konnten sie dann ihren Hausstand in Berlin oder bei Berlin begründen. Beide liebten die Großstadt nicht allzu sehr, also sie wollten sich mehr so am Rande der Stadt ansiedeln. Ja, das ist so ein bisschen zu den Biografischen, also Hedwig Lachmann hatte enorme Bedeutung auch als Übersetzerin von Balzakt, zum Beispiel und von Oscar Wilde, von Tagore und hat eine eigenständige Vita aufzuweisen in dieser Richtung auch und natürlich ihre Gedichte, die wurden als kostbare Edelsteine, der Lyrik auch sehr positiv besprochen, von verschiedenen Richtungen und sind angesehen Fachzeitschriften veröffentlicht worden. Ja und zu diesem Gedichten gehört auch der sehr eindrucksvolle, bis heute eindrucksvolle Gedichtszyklus gegen den Krieg, ihre Antikriegslyrik. Sie hat auch viele andere Gedichte geschrieben, die auch so das Frauenleben der damaligen Zeit widergespiegelt haben und mit dem Besiegte ist also ihr bekanntestes Gedicht und ich habe auch meine kleine Biografie über Hedwig Lachmann auch dann so betitelt und das ein bisschen nachlesen kann, was ich gerade versuche zu beschreiben und sie war also von Beginn an sehr intensiv gegen Krieg, gegen Patriarchat und als antimilitaristische Antipolitiker, kann man sagen, dann unterwegs, was sie nicht zu behagte, war das politische Geschäft und die ganzen Rangeleien innerhalb der anarchistischen Linkenbewegungen und auch zum Teil der Frauenbewegung. Also das war gar nichts für sie, sie war eine stille, bescheidene Frau, die gerne am Schreibtisch auch gewirkt hat. Sie hatte immer ein eigenes Arbeitszimmer, was Gustav Landauer auch unterstützt hat und man könnte die Paarbeziehung als relativ gleichberechtigt beschreiben, also beide haben für den Lebensunterhalt gesorgt und Gustav Landauer konnte auch hervorragend kochen, was sie immer hervorgehoben hat, da war sie also ganz begeistert, das hat sie natürlich auch entlastet von Haushaltsaufgaben und das war für die damalige Zeit nicht selbstverständlich, dass also eine Autorin eigenes Arbeitszimmer hat, dass sie lebensbar darauf Wert gelegt hat und dass sie sich gegenseitig gefördert haben und gewiss auch viele interessante Diskussionen über die Weltlage auch geführt haben. Als der Erste Weltkrieg begann, waren Gustav Landauer und Hedwig Lachmann sich gleich einig, sie gehören zu den ganz wenigen innerhalb der intellektuellen Literaturwelt in Deutschland, die sich also ganz klar gegen den Ersten Weltkrieg positioniert haben, die auch viele Anfeindungen durchstehen mussten und das haben sie gemeinsam bewältigt. Aber Hedwig Lachmann, die selbst sagte, ich selber bin nicht ruhmbedürftig und nicht ruhmsüchtig, sie war also nicht der Typ, der sich jetzt in Organisationen da assoziiert hat und sich da durchgekämpft hat, sondern sie hatte also bei diesen ganzen Machtspielen in den politischen Arenen, hatte sie große Probleme und das war eben nicht ihre Welt und das wirft natürlich immer so die Frage auf, was passiert mit sensibleren Menschen auch heute, wenn sie sich politisch oder antipolitisch betätigen wollen, also wie können sie sich eben auch das einbringen und dass sie dann gleich, ich sage jetzt mal, platt gemacht werden. Ja, ich wollte noch etwas zu der Familiengeschichte auch, so Hedwig Lachmann insofern sagen, sie hatte ja zwei Töchter und die Stieftöchter Lotte und die Tochter Gutula und die Tochter Brigitte, die haben die Nazizeit überlebt, sie konnten noch rechtzeitig dann auch nach Amerika flüchten und leider ist Tochter Gutula, eine Pianistin, dann durch einen tragischen Busunfall dann relativ kurz nach der Flucht dann verstorben und nur die jüngste Tochter Brigitte, also von Hedwig Lachmann, Gustav Landauer, die wurde so ungefähr Mitte 80, hat auch Interviews gegeben, auch wie das Familienleben aussah oder wie ihre Eltern zu Hause gearbeitet haben, also auch eine ganz spannende Quelle und was auch ganz interessantesten, auch die Enkel von Gustav Landauer, Hedwig Lachmann, das ist zum einen der sehr bekannte bereits verstorbene Filmregisseur Mike Nichols, der zum Beispiel die Reifeprüfung und er hat Angst vor Virginia Woolf und viele andere bekannte Filme auch gedreht hat, zum anderen der jüngere Sohn Bob, ich glaube vier Jahre jünger, der als Psychoanalytiker und Arzt dann, ich glaube bis heute noch unterwegs ist, aber natürlich sehr alt und das waren die beiden Enkel und es gibt auch Urenkel und dadurch, dass leider eben so großen Teil das Landauer und Lachmann Werk nicht ins Englisch übersetzt worden ist, können die wahrscheinlich gar nicht, wo sie ihre Vorfahren sehr schätzen, lesen, was sie eigentlich alles so auf diesem, in diesem Bereich geleistet haben und Mike Nichols hat also sehr große, also eine sehr große Liebe für seine Großmutter, hatte ein Foto auf seinem Tisch sogar von Hedwig Lachmann und war also beiden Großeltern sehr zugeneigt und was die Familie, das nochmal abschließend auszudrücken, also interessanterweise immer gekennzeichnet hat, war so die Mischung aus Kunst, Literatur, Pflege und Politik oder Antipolitik, also Antipolitik zu verstehen, dass man sich gegen die herrschenden Politiknormen eben wendet und versucht alternative Konzepte zu herrschenden Politik auch dann weiterzutragen und das war in ihrer stillen Art auch genau das Anliegen von Hedwig Lachmann und so ergänzten sich Hedwig Lachmann und Gustav Landauer wirklich als Paarteam, würde ich mal sagen, auf eine wundervolle Weise.